Könnte. Wir wissen es nicht, was passiert. Es ist ziemlich frisch. Das Lied heißt Konjunktiv, ne? Was? Ach nein. Konjunktiv geht das. Auch hier wieder, wie Wolfgang so sagt, der Refrain, durch den Refrain erschließt sich der Titel. Ja, so war das. Schönes Lied, ein schönes Lied, ein schönes Lied. Das ist ein schönes Lied, das ist ein schönes Lied. Großes Mandal beim Ausflug der Pflegeheimbewohner aus Denkte in Niedersachsen ins Atommülllager Asse. Nach dem Kommentar eines Rentners im Rolli. Die Asse sei ja ebenso wie ihr ein Auslaufmodell. Das ist ein schönes Lied. Wenn Pilze ihre Erdbeeren verheeren, empfehlen wir ihnen Fungizid. Wenn Insekten ihren Gegmeis verspeisen, empfehlen wir ihnen Insektizid. Das ist ein schönes Lied. Das ist ein schönes Lied. Neuste Meldungen aus dem Land der sonst unbegrenzten Möglichkeiten. Wie aus dem blütenweißen Haus verlautet, dürfen bei Verhören von Gefangenen keine Hunde mehr eingesetzt werden. Wieder einmal ein Erfolg dieser starken Lobby von radikalen Tierschützern. Das ist ein schönes Lied. Das ist ein schönes Lied. Wenn gierige Hände nach ihrem Öl greifen, empfehlen wir ihnen. Geno-Zid. Wenn CIA's hier in Enderthonen versagen, empfehlen wir ihnen. Suizid. Systematisches Foltern muslimischer Gefangene in Verhörräumen namens Dysmoop. Mit Musik von ACDC, Eminem, Metallica bis zu Bruce Springsteins Born in the USA. Unerträglich auch für Obama, dieses völlige Fehlen von Black Music. Das ist ein schönes Lied. Das ist ein schönes Lied. Wenn Gipsel ihre Erdbeeren verheeren, empfehlen wir ihnen. Suizid. Wenn Insekten ihren Gehmeins verspeisen, empfehlen wir ihnen. Insekten zieht. Wenn gierige Hände nach ihrem Höhlen greifen, empfehlen wir ihnen. Geno-Zid. Wenn CIA's hier in Enderthonen versagen, empfehlen wir ihnen. Suizid. Suizid. Das ist ein schönes Lied. Das war ein schönes Lied. Das war ein schönes Lied. Das war ein schönes Lied. Ach so ein schönes Lied. Das war so ein schönes Lied. Das war ein schönes Lied. Mensch war es schön. Das könnt ihr denn mit auf den Haaren gehen. Ja, dieses schöne Lied. Das schöne Lied. Ja. Ja. Jetzt verschiebt man das erste Mal. Ja, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid und ihr ein tolles Buch bekommen habt. Und zu Hause. Ach, ich habe ja was vergessen. Ich habe ja was vergessen. Den großen soll ich nehmen. Also.